Hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Abstimmungsvideo. Wie ich euch ja schon in der letzten Folge des Deckchecks zugesichert habe, dürft ihr mal wieder entscheiden, welches Deck ich für Freitage durchchecken soll. Für die Leute, die vielleicht nicht wissen, wie das Ganze geht, es ist relativ simpel. Und zwar klickt ihr dort oben in die Informationsbox rein. Dort tauchen dann dieses Mal drei verschiedene Möglichkeiten aus. Davon wählt ihr das aus, was ihr am liebsten sehen würdet und schon habt ihr abgestimmt. Möglichkeit Nummer 1, die ihr dort finden werdet, ist der Budget Miracle Rogue. Ein sehr, sehr lustiges Deck, habe ich letztens im Internet gefunden, schon ein paar Runden gespielt und macht wirklich Spaß. Deck Nummer 2 ist eins, was ich seit dem Nerf eigentlich noch nicht wieder gespielt hatte und das ist der Pogo Rogue. Und Deck Nummer 3 ist eigentlich auch so ein klassisches Deck, das eigentlich schon seit längerem wieder mehr Aufmerksamkeit eigentlich hätte erregen sollen, es aber noch nicht getan hat, deswegen möchte ich das Ganze einfach nochmal testen und dabei handelt es sich um den Deathrattle Hunter. Jetzt also ganz einfach dort oben draufklicken, auf die Infobox abstimmen und wenn ihr mir persönlich noch einen Gefallen tun wollt, schreibt unten in die Kommentare doch gerne mal Decks rein, die ihr gerne sehen würdet. Ich bedanke mich recht herzlich hier für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein. Bis denn dann, Türelü.